Das LKH Hartberg hat sein Projekt unter dem Titel fit für dich durchgeführt. Rund 500 Mitarbeitende haben sich aktiv daran beteiligt. Die zahlreichen Maßnahmen wurden bei der letzten Evaluierung als sehr gut bewertet. Die Arbeitssituation insgesamt hat sich verbessert. Die Krankenanstaltengesellschaft der Steiermark hat das Jahr 2009 zum Jahr der betrieblichen Gesundheitsförderung erkoren und wir haben damals gemeinsam mit der Firma Work-Life-Balance dieses Projekt gestartet. Das Projekt fit für dich hatte zum Ziel, die ständig steigenden Arbeitsanforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leichter bewältigbar zu machen. Ab Projektbeginn wurde das Projekt umfassend evaluiert. Es sollte festgelegt werden, welche der Maßnahmen in den Alltag implementiert werden und so für eine langfristige Nachhaltigkeit zu sorgen. Unsere Projektziele waren Verbesserung der Kommunikation, Verbesserung der Information und Freude bei der Arbeit, mehr Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit, Optimierung der Rahmenbedingungen. Eine Maßnahme unseres Begriffsprojektes war die Stellung dieses Gesundheitspasses. Dieser Gesundheitspass beschreibt vier Säulen eines gesundheitsförderlichen Lebensstils und jeder kann selber seine Gesundheitsmaßnahmen überprüfen. Wir alle haben ein privates und ein berufliches Umfeld. Beide Umfelder gehören gesund erhalten. Dazu wurde der Gesundheitspass und der Leitfaden für die Nachtarbeit entwickelt. Der Leitfaden Besser leben mit Nachtdienst ist entstanden nach einer Mitarbeiterbefragung, in der viele Mitarbeiter diesen als sehr belastend im Krankenhaus empfinden. Der Leitfaden gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit, sich Tipps und Hilfestellung zu holen. Wie kann ich mich anpassen, damit ich den Nachtdienst gut bewältigen kann? Es taugt mir, dass ich im BGF-Team bin. Ich bin da zuständig für Erholung und Entspannung und es ist total super, dass man die Möglichkeit hat, etwas für die Mitarbeiter zu tun. Wir haben Ideen, wir können die umsetzen, wir haben die Unterstützung von der obersten Etage und es ist echt klasse, in diesem Team mitzuarbeiten. Die Mitarbeiter waren in allen Phasen des Projektes gut informiert und integriert. Nach einer positiven Beurteilung des Projektes erfolgte eine Überführung von der betrieblichen Gesundheitsförderung ins betriebliche Gesundheitsmanagement. Nach einer positiven Beurteilung des Projektes, in diesem Team mitzuarbeiten, in diesem Team mitzuarbeiten, vermischen Beurteilung des Projektes, in diesem Team mitzucht Quiets otras Beurteilung des Projektes, in diesem Team mitzuchtsempad werden.